Einen wunderschönen guten Abend meine Lieben, mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ich bin euer Cryptotainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. So, die heutige Folge ist Velodrome. Ich hatte das vor ein paar Tagen oder Woche, glaube ich, kurz vorgestellt und da ich heute ein bisschen mehr Zeit reingesteckt habe, habe ich gedacht, stelle ich es euch mal vor. Es ist ein interessantes Protokoll aktuell auf Optimism mit, ich glaube, ca. 120 Millionen an Total Value Locked, also schon ein größeres Ding. Und was das ist, das ist die kurze Übersicht, wie immer. Da gibt es unten die Zeitstempel, könnt ihr beliebig hin und her springen. So, und legen wir los. Also, das Velodrome, das ist also ein EMM. Im Kern ist es einfach ein Dex, wo man zwischen unter den Token tauschen kann. Und diese ganzen Dex, da gibt es ja sehr viele. Und der größte Dex ist natürlich Uniswap. Das ist da der größte Platsch-Search. Und aufgrund von dieser konzentrierten Liquidität, was Uniswap anbietet, hat es eben auch den gesamten Markt praktisch für sich mehr oder weniger beansprucht. Und da haben einige versucht, Velodrome ist auch ein weiterer Kandidat, an der Stelle mit sehr, sehr niedrigen Wechselgebühren. Die nennen das eine Stable und das andere ist halt diese, also mit größerem Slippage. Ja, das sind die zwei Kategorien. Und die versuchen ja mit extrem niedrigen Slippage eben zu punkten. Ja, dass die Leute eher sagen, hey, wir machen die Wechselvorgänge oder die Dex-Tauschvorgänge auf Velodrome statt auf Uniswap. Ja, und das Ganze basiert auf dem VE-Modell, das ursprünglich von Curve eingeführt worden ist. VE steht für Vote Escrow. Das heißt, man legt den Token praktisch in den System hinein zum Staking, bei dem heißt es Locking, und kann dafür voten. Ja, das heißt, man kann eine Stimme abgeben, wohin die Emission der neuen Token, die von der Velodrome-App herausgegeben wird, wohin die fließen sollen, in welchen Pools. Das Ganze ist ein Solidly Fork. Solidly ist das Projekt von André, da kommen wir gleich noch dazu. Und das hat aktuell, wie gesagt, in neun Wochen 117 Millionen an Total Well Locked geschafft, was super schnell nach oben gegangen ist. Weil die ersten fünf bis sechs Wochen, da haben die halt relativ wenig gemacht. Sei es gemacht, aber die haben sich relativ ruhig verhalten, ja ohne großen Tralala. Und in den letzten drei Wochen eben ziemlich organisch, auch zusätzlich natürlich durch entsprechende Mitteilungen in den Social Medien, das Ganze hochgegangen. Und das Team dahinter, das ist nicht neu, ja, sondern das ist das Team von Vidao, die es damals auch bei Solidly mitgemacht hat. Die haben damals auch als einen der größten Mitbewerber bei Solidly, glaube ich, über zwei Milliarden an Total Well Locked gehabt, ja. Und das heißt, so gesehen, die haben schon ein bisschen Kenntnis, ja, und deswegen haben die natürlich das Projekt, denke ich, entsprechend aufgebaut. Und das Ganze ist einfach ein Versuch Sticky Liquidity, das heißt, ne, Liquidität, die auch nach dem Initial-Farm der Token, ja, dabei bleibt bei dem System. Und vor allem, ne, entsprechend der Liquidität bereitstellt, damit die Trader in diesem EMM entsprechend ihren Tauschvorgängen machen. Und entsprechend, ja, die Fees hier lassen, statt bei Unisorb oder bei einem anderen Protokoll. Ja, so, kommen wir mal ein bisschen zum Geschichtlichen, nämlich auf Solidly, ne, wovon das Ganze praktisch kopiert und verbessert worden ist. Das Solidly auf Phantom ist natürlich Anfang des Jahres im Februar gestartet, ja, vorher, drei, vier Monate vorher schon angekündigt, groß. Und das Ganze, ne, wie gesagt, auf Curved, das Modell aufbauen, der Fokus damals war, ne, eben diese Belohnung, ja, von Voter und Epic Provider entsprechend, ähm, so hinzukriegen, dass das Ganze, dieses Flywheel, ne, praktisch ein selbstdrehendes Rad sich erzeugt. Also, die Voter, die dirigieren die Emissionen, den neuen Token, die vom System erzeugt werden, dorthin, wo die Pools, ähm, die größten Fees abwerfen, ja, weil die Voter leben nämlich von den Fees, die von den Pools erzeugt werden, wenn, ne, wenn die das in einen Pool dirigieren, wo nichts passiert, ja, dann haben die natürlich Voter selbst nichts davon, ja. Und gleichzeitig, ähm, sollen eben natürlich auch die Leute, die Liquidität Provider dorthin providen, wo die Voter ihr Emissionen hin dirigieren, weil dort erhalten die eben die höchsten APRs durch die Emission, ja. Und diese beiden, ne, sollen eben zusammenspielen, damit dieses Flywheel-Effekt erzeugt wird und eben für die, letztendlich die User, die, ne, die Fees abwerfen, durch Wechselvorgänge, ne, die, die größten, die besten Pools auch dabei zu erzeugen. Und das Ganze ist letztendlich aus unterschiedlichen Faktoren als Zusammenspiel gestaltet, nämlich, ne, die UI, die hat sehr viele Bugs gehabt, ja, das war natürlich für normale und selbst, sag ich mal, für Fortgeschritten wie mich ziemlich anstrengend gewesen, die, äh, die Oberfläche zu benutzen. Der Aufstieg von André Cronje, der plötzlich kam, ja, praktisch das Projekt einfach liegen ließ, ohne ekligen Weiterentwicklung und Verbesserung. Gut, ne, der größte Vorteil ist natürlich an der Stelle, dass er zumindest die Source-Code komplett freigegeben hat. Und, ähm, der dritte ist natürlich, äh, diese Emission, in Anführungsstrich Fehler, ja, inwiefern man das Fehler nennen kann, weiß ich nicht, weil, ne, das ist tatsächlich so in den Code hineingeschrieben worden und dann werden die Emissionen, also der Token-Emission nach 10 Wochen spätestens ausgegangen und dann wäre die Liquidität abgewandert, ja. Ja, das war sozusagen das Solidly, was gescheitert ist, ähm, jetzt gucken wir uns mal die äußeren Umstände an bei beiden, ne, weil ich vergleiche gern beiden, die sehr ähnlich sind, ja, und, äh, um da draus zu gucken, inwiefern das eine oder andere besser oder schlechter macht. Also, bei Solidly haben wir halt einen Big Launch gehabt, ja, das wurde sehr, sehr lange angekündigt, drei, vier Monate lang von Daniela Sesta und AC, das sind zwei große Persönlichkeiten im Ganzen, die Fall, und entsprechend, ne, ähm, für alle, die nicht dabei waren, wurde auch Phantom schon zuvor, bevor das Ganze gelauncht ist, überhaupt, Milliarden, ja, damals zwei oder drei Milliarden an Kapital hingepumpt, ja, ohne dass irgendwas losgegangen ist. Und dann, bevor das losging, hat er auch eine andere Kronje ankündigt, es wird einen Airdrop geben, ja, am Anfang von der Initial dieser NFTs auf die 20 größten, ich weiß nicht, ob es 10 oder 20 größten Projekten auf Phantom Blockchain geben, ja, und entsprechend, in der Hinsicht wurden auch super viele neue, also nicht super viele, aber einige neue Projekte gegründet, die überhaupt null Zweck erfüllt haben, außer die Liquidität anzusammeln, ja, da drunter war unter anderem, äh, ich glaube, das, das hieß, ähm, wie hieß das, ähm, oh, es, äh, ich nagel mich da nicht fest, ähm, ich, ich, ich hab leider die Namen vergessen, das waren eben Projekte, ne, die außer praktisch die Liquidität anzuziehen, ähm, anzuziehen, nichts anderes bewirkt haben, und das nennt man eben TBL Gaming, ja, das heißt, ne, die haben das gegamed, und, äh, da konnte, andere konnte ja auch, sag ich mal, nicht wirklich einwirken, weil der hat das eben angesagt, ja, und, ähm, das alles aus einer Hand war natürlich auch ein Problem, sondern gut ist natürlich, ne, dass er seine Gedanken und, ähm, praktisch dieses Modell selbst entwickelt hat und komplett alles geschrieben hat, das heißt, alles aus einer Hand ist an der Stelle, sag ich mal, vielleicht vom Vorteil, ja, bei, bei einem neuen Projekt, und, ähm, die Bugs natürlich, ja, liegen geblieben, und, ähm, Fehlplanung und Emissionsrückgang, Rückgang an der Stelle, ja, gerade erwähnt vorhin, und natürlich auch die Bad Actors, ja, dadurch, dass er eben nicht weiter gepflegt hat und ausgestiegen ist, konnten natürlich Bad Actors, die Smart Contract, die laufen ja ganz normal weiter, ja, und die Bad Actors, die dazu kamen, dazu hatte ich auch extra eine Solid-Krimi-Folge gemacht, könnt ihr gerne mal auf meinen, ähm, welche euch unten einfach verlinken, ja, da hat jemand einfach einen eigenen Pool aufgebaut, ja, hat den Batman gegen Robin, das waren die zwei Token, ähm, genannt, ja, hat sich für eine Million einfach Solid-Token gekauft, gelockt, ja, und alles in den eigenen Pool gewotet, der überhaupt nichts gemacht hat und dafür, ne, zwei Millionen Token wieder rausgekriegt, halt praktisch verdoppelt, ja, einfach über Nacht den Token, und das waren, ne, so, solche Sachen, und natürlich die Makro-Umstände, ja, das war genau in dem Zeitraum, wo der, nämlich der Krieg auch ausgebrochen ist, ne, an der Ostgrenze, und entsprechend ist ja viel, viel Kapital insgesamt überhaupt aus dem Cryptospace abgeflossen, und da ist natürlich auch Solid, die ziemliche Mitleidenschaft gezogen worden. Velo Drum, wir haben jetzt in den besseren Umständen, natürlich, ja, wir sind natürlich am Ende, nicht am Ende, aber im tiefsten, relativ tiefen Punkt des Bärenmarktes, das heißt, ne, da kann nicht einmal viel mehr passieren, was nach unten geht, äh, wir haben Soft-Launch, das finde ich ziemlich gut bei denen, dass die nicht, ähm, ne, mit dem Pump das Ganze gestartet haben, sondern relativ langsam, ja, ähm, langsam und stetig, ja, und, ähm, die haben sehr viele Kooperationen mit externen Projekten, äh, und diesmal nicht auf deren TVL angewiesen, sondern, ne, die haben einfach mit den Projekten Kooperationen abgeschlossen, und jedes Projekt, der mit ihnen zusammenarbeitet, hat ein Prozent von diesen, äh, NFT bekommen, ja, um am Anfang die ersten Votings ab, ähm, abzuhalten, ja, und das finde ich zwar super gut, äh, dass die, ähm, ne, nicht TVL basieren, sondern tatsächlich auf den, auf den Projekten zugegangen sind, halt, haben gesagt haben, hey, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten, ja, okay, dann kriegt ihr die Token, und dafür bauen die Projekte bei denen ihren Pools auf, ja, ähm, 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 da die auf Optimism gelauncht sind, ja, haben die auch mit Optimism entsprechende Kooperationen, also Zusammenarbeit abgeschlossen, nämlich, ähm, die haben von Optimism die Token bekommen, ja, zum, ähm, zusätzliche Inzentivierung, und dafür hat Optimism, äh, 5% Anteil, also auch dieser NFT Anteil bekommen, äh, um entsprechend mit zu voten, ähm, das Ganze, ähm, das, ähm, Update vom Voting, Timing, Emission im, ähm, im Kern von den Programmen, damit eben solchen Sachen wie Batman und Robin nicht mehr gemacht werden können, und damit auch nicht, äh, Mercenary Liquidität, die praktisch schnell rein und schnell raus, ne, um, um, um diesen, äh, Ausschüttung, Emissions-Ausschüttung und Zeitungen herum, sondern, ne, die machen das progressiv, die Ausschüttung, um eben auch sowas zu verhindern. Die haben eine kleine Teilzentralisierung durchgeführt, ich finde es an der Stelle tatsächlich nicht schlecht, weil, ne, ähm, nämlich zum Beispiel die Zulassung von neuen Pools und so weiter, die findet bei denen über Governance statt, also über deren Abstimmung, also aus welchen Pools tatsächlich rein dürfen, dass die Leute nicht einfach selbst, ne, so einen, so einen, ähm, komischen Pool erstellen können, das ist wahrscheinlich nicht schlecht und, ähm, dass 3% von sämtlichen Emissionen, die jemals stattfinden, ne, seit Anfang an für, ans Team gehen, ich meine, darüber kann man streiten, ja, 3% ist eigentlich eine Menge, aber, ähm, andererseits kann man auch sagen, hey, äh, solange das Team natürlich an der Stelle genug Inzentive bekommt, ja, an dem Projekt weiterzuarbeiten, da dran zu, ähm, zu feilen und natürlich auch, auch Korrekturen und Weiterentwicklungen zu betreiben, sollten die auch belohnt werden, ja, und ich, ich bin immer der Meinung, ne, Leute, die gute Arbeit leisten, sollten auch entsprechend gelohnt werden, wie viel das ist, gut, haben die jetzt auf 3% gesetzt, äh, da habe ich jetzt eigentlich keine zusätzliche Einwände dagegen und gucken uns mal an, was unter der Haube ist, ja, das ist ziemlich das Gleiche wie bei dem, ähm, Solidly-Projekt, ich, ähm, switch mal rüber, ähm, nein, kann ich gerade nicht, ah, doch, jetzt so, ähm, ähm, das ist nämlich das hier, ja, das Modell habe ich jetzt ein bisschen vereinfacht, damit man es besser, ähm, verstehen kann, also wir haben die drei großen Parteien, ne, die User, ja, die Liquidität-Provider und die Locker, ja, die User sind, wie bei allen anderen Projekten auch, die einfach, ne, ähm, entweder über eine, über einen Aggregator oder einfach auf der selten Seite selbst, ähm, ganz links oben gibt es hier das Swap, ja, einfach zwischen zwei unter den Token hin und her swappen, dadurch, dass die Vieh sehr niedrig angesetzt sind, ich glaube, ähm, 100, ein halben von hundertstel Prozent, ähm, und, ähm, ne, vom halben von ein Prozent, äh, 0,05, äh, ja, äh, sowas in der Art, und, ähm, das, die EMM nimmt natürlich von den Benutzer, die, ne, an der Stelle wechseln diese, diese Viehs auf und gibt die Viehs weiter an die Vieh-Locker, ja, Vieh-Locker sind praktisch die, die den Velo-Token-Token, äh, genommen haben und über diese, äh, Lock-Funktion gelockt haben, ja, man kann zwischen ein, ein Jahr und vier Jahre lang den Token locken und entsprechend dann diesen Bribes und, und die Viehs abbekommen. Die Bribes kommen von dritten Parteien an der Stelle, eben die zusätzlichen Protokollen, ja, die mit denen zusammenarbeiten, die geben natürlich diese Bestechungsgelder ab an das System, damit die Locker, ne, für ihren Pool entsprechend voten, ja, wenn also ein Protokoll wie Frax oder, ne, ähm, Optimism selbst um die Ecke kommen und sagen, hey, ihr habt hier 50.000 als, äh, Unterstützung, ja, als, als Bribes, wittet, votet für unser Pool, also für unser OP-Pool oder für unser Frax-Pool, dann haben natürlich die Locker, ne, die ihren Token gelockt haben und entsprechend Stimmen haben, größere Interesse da dran, für diesen Pool entsprechend zu voten, ja, und, ähm, die Pools, die gevotet werden durch die Voter, die bekommen dann diese Emission verteilt, das gucken wir uns gleich an auf der Tabelle, wie das aussieht, entsprechend der Voting, prozentuale Voting-Anteil pro Woche. Dieses Voting findet einmal die Woche statt, ja, das heißt, über einen Zeitraum von einer Woche können die Leute, die die Token gelockt haben, entsprechend ihren Stimmen abgeben und nach einer Woche fängt ein neuer Zyklus an, ja, und die entsprechende Vote, ähm, z.B. die Emission wird dann graduell und nicht alles auf einmal ausgeschüttet an die Leute. Das ist sozusagen das System, ähm, von Velo und, ähm, ja, die Auswertung der Erträge, das habe ich, ähm, in Sheets gepackt und zwar das hier, werde ich euch unten auch verlinken. Ähm, ich werde das noch ein bisschen aktualisieren über, und zusätzlich über automatische Abrufe, weil das ist momentan nur ein Snapshot, ja, z.B. vor allem die Werte für die Token, äh, wie viel die Token im Preis sind, z.B. Optimism-Token, die USD, gut, da muss man nicht viel machen, aber z.B. ne, Ethereum-Token und so weiter, ja, ähm, ich werde das aktualisieren und wenn es komplett fertig ist, äh, auch entsprechend für euch bereitstellen. Wir haben, ne, das sind die größten Pools, ja, ich habe jetzt nicht alle genommen und denkt dran, ne, wir haben heute Freitag, das heißt, das ist auch nur ein Snapshot, den ich vor zwei, drei Stunden gemacht habe. Ja, das sind die größten Pools mit den meisten Votes. Man kann da auf der Seite sortieren, wenn ihr auf der Seite von, ähm, Velo seid, ja, da geht ihr auf, äh, hier oben auf Vote, ja, und dann könnt ihr hier unten diese Pools sehen und ich habe das einfach sortiert nach Total Votes, weil an der Stelle ist eben die Votes am bedeutendsten und ich habe danach sortiert und das Ganze hier rüber in die, äh, in Tabelle importiert. Entsprechend, ne, den meisten Votes zu dem Zeitpunkt OP, äh, Optimism-Token gegen USDC, ähm, kann man sehen, wie viel insgesamt reingewotet sind, wie viel Bribes für dieses Pool insgesamt gibt und das habe ich ein bisschen ausgewertet und hier in, äh, in den letzten Spalten kann man sehen, wie aktuell die, äh, entsprechenden APRs wären, ja, wenn alles konstant bleibt, so wie jetzt ist, denkt dran, das ist nur ein Snapshot, ja, das kann sich jederzeit ändern, sofern, sofern Leute, neue Leute reingehen oder etwas am Poolzusammensetzung oder an den Bribes, was sich ändert. Und hier kann man sehen, dass teilweise die Pool schon mit sehr, sehr hohen Rendite, ähm, punkten kann, sowohl bei den Leuten, die diesen Token staken, also, ne, den, äh, den Velo-Token, als auch bei Leuten, die, äh, entsprechend Liquidität provide, ja, wir haben hier teilweise Pools mit über 300%, ähm, APR, aber denkt hier, denkt dran, das ist, äh, das sind Pools, die, ähm, durch diese Emission, ne, und wenn Leute, hier nehme ich jetzt diese Prozent, 5%, z.B. auf diesem Pool, ja, 300%, wenn diese 5% als, äh, Anteil, ne, an der gesamten Emission verschoben ist, weil Leute mehr in anderen Pools voten, da ist natürlich, äh, die, ähm, die, äh, dieser APR geht auch stark runter, ja, und die APR ist natürlich auch abhängig davon, wie viel Total-Liquidität in den Pools, und ihr seht hier, ne, bei dem OP, ähm, L2-DAO ist halt wenig Liquidität im Pool und deswegen auch natürlich die Rendite hoch ist. Ähm, ja, die Tabelle werde ich euch bereitstellen, zur Verfügung, und kommen wir zu den letzten, ähm, ähm, Punkten, nämlich das hier, ja, ähm, jeden Donnerstag startet eine neue Runde, die Ausschüttung der Rewards, also Fees und Emission, ja, das passiert linear, nicht alles auf einen Batzen, ja, das heißt, von Mittwoch, Donnerstag ist der Übergang vor einem, eine Woche, und, ähm, Tabelle, habe ich angelegt, kommen wir zum nächsten, ähm, nämlich, Fazit, ja, also, ist Velo drum, aktuell eine Investition wert, oder, ähm, ne, nicht auszuprobieren, aber vor allem Alte-Yout-Farming, denkt dran, wir haben, ne, immer noch diese, diese Makro, ähm, Keule, die über den Kopf schwingt, das heißt, wir haben, wir sind im Bärenmarkt, ja, das heißt, das Kapital ist relativ beschränkt, ähm, auch wenn, jetzt, sag ich mal, im Hinblick auf den Merch von Ethereum einiges an neuen Kapital momentan reinkommt, ja, kann es auch schnell wieder austrocknen, ja, das heißt, in der Hinsicht, ne, ist natürlich die größte Frage, ähm, inwiefern die schaffen, ja, in, in dem Zeitraum der nächsten Wochen, ähm, praktisch mehr Leute anzulocken, die auf der Plattform arbeiten, ja, die Fees sind aktuell sehr niedrig, wobei, ne, die haben, äh, in Discord geschrieben, beziehungsweise in Twitter, dass, dass auf den Fehler von, äh, Dune Analytics zurückzuführen ist, ja, dass die Fees nicht richtig angezeigt wird, ich hoffe, dass da, dass da tatsächlich der Fall ist, dass nämlich Dune Analytics da drin intern irgendwo einen Fehler hat, damit die, äh, dass die Fees nicht richtig angezeigt werden, weil die sind aktuell so niedrig, dass sie kaum, äh, Beachtung geschenkt werden können, und, äh, sollte tatsächlich das der Fall sein, ja, weil die haben zum Beispiel, ähm, selbst ganz andere, ähm, Beträge, Volumen, Wechselvolumen und so gepostet, äh, werde ich auf jeden Fall nochmal eine Aktualisierung dazu machen, äh, das heißt, tatsächlich hängt sehr viel davon ab, wie viel das Protokoll an Adaption findet, nicht nur Leute, die farmen wollen, ja, das ist ja immer das größte Problem bei solchen, bei sämtlichen EMMs, die, ne, am Anfang viel Token ausschütten durch Emission, ob die tatsächlich Adaption finden können, in Form zum Beispiel bei Curve oder bei, äh, bei Uniswap, dass die Leute die Protokolle nutzen, ja, das Nutzen des Protokolls ist ausschlaggebend, inwiefern das Protokoll langfristig überleben kann oder nicht, und, ähm, ja, äh, als, äh, guten, positiven Punkte natürlich, ja, die, die Verbesserung der UI, die ist definitiv viel, viel schöner als, äh, bei Solidly und natürlich auch die vielen kleinen Problemen, äh, die intern in dem Protokoll sind, dass die gelöst wurden, das sind auf jeden Fall positive Aspekte, das heißt, ähm, denk dran, auf Optimismus sind natürlich auch die Gebühren ein bisschen höher, ja, als auf Phantom, äh, Solana oder auf Binance Smart Chain, das heißt, bevor man, ne, sich mit den 1.000 Dollar da reinstürzt und, äh, dann nach zwei Wochen rausgeht und merkt, okay, an den Gebühren habe ich doch alles verloren, ähm, ja, also zweimal nachdenken und, äh, das war es auch schon zum Thema Velo drum, aber insgesamt ein positiver Eindruck, ich werde definitiv das Protokoll mit einer geringen Kapitalmenge mal ausprobieren, die nächsten Tage, ähm, wenn die, wenn die nächste Phase, nämlich, ne, nächsten Mittwoch, wenn diese Periode vorbei ist und in die nächste Periode hineingeht und, ähm, das war's auch schon, denk dran, Daumen hoch, Daumen runter, kommentier, abonnieren und bis zum nächsten Mal, mein Name ist G aus dem CryptoCafe, ciao, ciao.